Jo Leute, was geht? Hier ist euer Jan Mauspielmann am Start, und zwar mit einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, es hat sich einiges verändert, und zwar, ich bin nicht auf der PS4, sondern auf dem PC. Ja, ich habe meinen PC gekauft. Ja, und wir kommen jetzt zu der Tipsy-Vorstellung. So wie ihr seht, hier ist z.B. da unten noch Limits. Also, die Beschreibung ist noch so ein Spaß, also es gehört wirklich weg. Ähm, da ist der andere Owner, Skyfly. Also der hat diesen Server und so weiter also von selber gemacht. Ja, z.B. ja, da sind z.B. jetzt Anpflicht oder so eine Alex, also das ist Alec, Skyfly. Also er ist Owner und so, da hat sich alles gekannt. Weil er hat das auch alles erstellt. Da steht jetzt z.B. das ist jetzt mein Profil. Wie ihr seht, da habe ich etwas Mods. Also das habe ich durch heurte Arbeit verdient. Ähm, hier sind die Musikbereiche, also ihr könnt euch von den Musikbereichen entscheiden. Radio Galaxy Radio On und Random. Die sind momentan nicht erreichbar. Außer I of Mesh Up und I of R2. Ist auf jeden Fall meine Bots. Ähm, zweitens, da stehen die ganze Informationen, von wo ich es habe und was auch immer es gibt. Da sind Legenden Talks und da, z.B. das sind permanente Channels, die werden hier alle aufgelistet. Temporäre Channels, die was nur, also die halten nicht so lange, also nur nach ein paar Stunden. Also wenn ihr der letzte Channels verlässt, dann wird er automatisch gelöscht. Ähm, z.B. hier. P. Semi-Permanent ist so, ähm, Semi-Permanent ist, nur so bis der Teamstick neu startet. Also da, ja, muss man das Server Passwort haben und es hat nur, ähm, Elec, No Limits und so weiter. Auch Crackpiece. Ja, aber es haben sehr viele Server Passwort, also nur denen, was ich jetzt vertrauen, und so weiter. Ähm, ja, also das war jetzt jetzt hier, hiermit, also mit den ganzen Tipps und so weiter. So, ähm, wenn, je nach, ja, hier steht die Serveradresse, also für den Teamstick. Das verlinkt ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, das war's jetzt mit, äh, mit der Teamstick Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gib ne positive Gewertung ab. Like, Kommi und Abo. Wär ganz geil, ne? Jo, das ist dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.